Familie und Beruf.online, Plattform zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In der heutigen Überflutung mit Informationen fällt es vielen Menschen schwer, im vorhandenen Überangebot die für sie relevanten Informationen überhaupt zu finden. Sie geht es auch Sabrina. Sie hat kürzlich erfahren, dass sie schwanger ist. Nun macht sie sich Sorgen, wie das ihre berufliche Karriere und ihr ganzes Leben beeinträchtigen wird. Obwohl Sabrina sich sehr auf das Baby freut, ist sie verunsichert. Im Internet findet sie leider viele unterschiedliche und teils widersprüchliche Informationen zu den Themen, die sie jetzt beschäftigen. Schwangerschaft ganz allgemein, aber auch zum Beispiel Mutterschutz, Lohnfortzahlung und Wiedereinstieg in die Arbeit nach der Geburt sind ihr sehr wichtig, da sie auf alles gut vorbereitet sein möchte. Auf der Plattform familie- und beruf.online findet Sabrina alle für sie wichtigen Themen, sortiert in passende Kategorien, zuverlässig und aktuell. Auf der Plattform findet sie neben vielen hilfreichen Informationen, Tipps, Fakten und Kontaktstellen sogar verwendbare Checklisten, um auf alles möglichst gut vorbereitet zu sein. Kategorien 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 Untertitelung des ZDF, 2020